bevor die neue folge von monkey island beginnt habe ich nur eine ganz kurze information für euch die audio bzw sprachdatei habe ich aus versehen falsch bearbeitet und dadurch klingt das jetzt ein wenig dumpf und ja nur damit ihr bescheid wisst und euch nicht wundert leider muss ich gestehen dass dies auch fortgesetzt wird bei part 10 und 11 ab folge nummer 12 wird die audiodatei wieder normal bearbeitet sein wie gesagt ich hoffe ihr könnt es verstehen und damit kann auch monkey island folge nummer 9 beginnen heute heißt es wieder mit euren und wie ihr schon seht unser new guidebrush so e-line wurde entführst wir müssen jetzt retten und das darf den verkäufer also der uns die schaufel und der schwer verkaufe den könnten wir fragen ob der uns einen kredit leihen also ob er uns einen kredit ob wir bei ihm einen kredit aufnehmen können das war ganz schön so gut das zu sagen warum brauchen die charakterien immer so lang zum laufen naja wenn wir zu schnell laufen gemacht dann verspielen soll sie komplett der muss eben um weiter und zwar so gut die haben sich das nicht weiter und weg이면 wir zuerst die chrämmer dann sind wir jetzt nicht weiter weg und dann gehen wir zuerst die chrämmer dann ist das nicht nicht so gut soo hast du ein kredit für mich ah Ja, klar. Oh, äh, stimmt. Ich bräuchte was zu schreiben. Moment. Denn, aha, wenn man so schau nur die Zettel, denn es ist wichtig, dass wir uns weg aufschreiben. Er macht nämlich hier oben. Da oben, da oben, wo die Träger ist. Da muss man sprechen. Okay. Okay. Na, dann gehen wir uns mal wieder. Okay. 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 So schnell. Okay. Oh, das ist ein bisschen. Oh, das ist ein bisschen. Okay. Oh, oh, oh! Es ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ja okay, ich hab echt, ich bin zu dumm. Ja, schick mir nochmal raus. Okay, was ist das? Ach, ich bin zu dumm. Ähm... So, die Frage, ne? Ne, dass ich jetzt bei den Benetim war, das noch nicht. Das ist ein... Kann ich dann hier hochschicken? Nochmal drücken. Und dann zurückziehen. Nochmal zurückziehen. Ich glaub, dass ich hier unten hin darf, ne? Und dann gehen wir zurück. Dann so blöd, ich hab ein Verbrechen stehen hier. Nicht offen. Ah, ich hab das jetzt nicht geschaut. Ah, noo. Ich hab das gefunden. Der Morgen sollt er sein. Nur Leute! Ich bin doch auch schnell wieder zurück. Ich? Na toll. Kann ich das nicht noch machen? Ja klar, ich krotz jetzt einfach mal hier durch die Gegenden, sonst... ...und ich hab das kaufen, was ich angerötet habe. Ähm, ne. Echt? Ja, ich habe das hier. Ja, ich hab das nicht geschaut. Ja, ich hab das nicht geschaut. Ja, ich habe das nicht geschaut. Naja, mach du mal um. Also, gut ausgepackt! Ah, ok. Ich glaub, das krieg ich jetzt hin. Was hast du gesagt, dass deine Rehabilitation war? Oh, das stimmt. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist gut. Das ist gut. Gut, wir können uns das gerne nochmal nachdenken. Danke. Ich kann mich erholt haben. Das ist gut. Ich kann mich nicht mehr auf das Problem sein. Du hast ja wieder aufgeschlagen. Du hast ja wieder aufgeschlagen. Du hast da ja noch einen Hinshot. Du hast ja gut. Du hast die. mal drücken mal drücken bingasini martin martin mal drücken nein schüttel zieh ach, nicht drücken doch, drücken noch mal drücken schüttel zieh 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 hier würde ich mich mal drücken zieh schüttel hallo hier jetzt hier ko hier jetzt hier hier jetzt Ja, ich habe das nicht funktioniert. Ja, ich habe das Beste. Ah, ich habe das Beste. Das ist ein Beste. Das ist nicht so, ob ich die Beste. Ich habe das Beste. Oh, das mache ich nicht. Äh, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Oh, das ist doch gut. Stopp. Komm schon wieder? Das ist doch Spaß, ne? Ja, das muss man ja unterschreiben. Oder? Komm, wir gucken mal so. Wenn nicht, geh mal nur mal zurück. Dann geh mal nur mal zurück. Aber dann ist das gut. Hallo, hier. Also Leute, wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt, dann kriegt ihr den Selbstwort auf. Ich, dann, ja. Ich habe jetzt zum vierten Mal in der Person offen wieder zugemacht. Bis dahin müsste man sich alles aufgeschrieben haben, oder? Man guckt einfach nochmal. Macht auch Stopp. Bis dahin ist nicht. Bis dahin ist auch nicht gelaufen. Bis dahin ist es auch nicht gelaufen. Geht ihr nicht richtig, drei? Oh, bin jetzt schon? Ich kann das nicht glücklich sein. Ich kann das nicht glücklich sein. Ich kann das nicht glücklich sein. Also, das Wohl不 fern. Das war jetzt. Ja. Ja. Na ja. Ja. Ich bin nicht, man könnte. So, was kann ich dir zeigen? Das ist auch... Können Sie diesen Räden wieder sehen? Ich wusste, ich wusste! Du kannst ihn nicht raus, du kannst du? Geh hier hin. Nein, aber nicht. Nein, aber... Jetzt ist ein Land. Das ist definitiv ein zweites einen Verzügel. Wie viel sind wir heute? Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. I'd love to. I really would. I usually do, but not for the amount this baby's gonna run you. Maybe one of the other ships would be more in your price range. So, what else can I show you? I don't really have that much to spend. Have no fear. Every ship I sell is a bargain, but if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Walk this way. Okay, let's do shit. I don't have to worry about it, but I don't have to worry about it. This here is the famous Sea Monkey. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say anything? You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate, a mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Okay. Okay. Yeah! I don't mind this. Was ist derjenige? Was ist derjenige? Was ist derjenige? Dann muss man ein ehrliches Mann mit einem Steady Income sein. Da stimmt's. Genau. Let's get down to Brass Tag, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that you know that I want to sell it. So. Eeeeh. Ich möchte noch alles kaufen. I'd like to make you an offer. Great! How much? Stand in... Klarna. I'd like to pay 2,000 pieces of it. Sure, I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week, so you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Okay... I'd like to make you an offer. Great! How much? Yeah, I'm like, duh. Alright, 5,000, but that's my final offer. That's a little bit more like it, but not much. I know you can try harder than that. Just tell me, what would it take to get you to sail this ship away today? Okay. 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 Let's talk extras. Extras? You want to talk extras? Great! This baby's loaded with extras. Okay. For instance, did I tell you about the porthole defoggers? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more! Did I tell you about the rack and pinion rudder? I think I can live without that particular piece of junk. Sure, throw safety to the wind! But wait, there's more! Did I tell you about the rack and pinion rudder? Not yet. I think I can live without that particular piece of junk. Well, I guess it'll float without it. Barely. But wait, there's more! Did I tell you about the velour sail covers? I just missed it. I think I can live without that particular piece of junk. Don't I? Alright, come on. Don't. Don't. I think I can live without that particular piece of junk. Wow, does your wife know you're such a cheap-skate? But wait, there's more. Oder... Did I tell you about the Elevator made with wood from Burgundy Wine... Wollt ich mit dem Anzug? Also ich glaube... äh... gut. Äh, ich will es sehen. Okay, okay. 4.000 Pieces of Eighth. I think we're working in the wrong direction here. I know you can try harder than that. You realize, don't you, that they just don't make them like this anymore? Hey, ich hab mich auch schon mal drauf. I'd like to make you an offer. Great! How much? Oh. Das kann sich noch um 1000 Jahre nennen, bis wir das Schiff endlich mal gekriegt haben. Also, nein. Beim nächsten Part seht ihr, ob wir das Schiff jetzt endlich mal bekommen. Ich will jetzt hoffen, ich muss da irgendwie dahin. Vielleicht schon. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschö. Mödö.